Ja, auf jeden Fall hatten wir das Thema und das Thema war Orte, Berlin-Brandt und Hamburg, die wir zeigen können, empfehlen können. Und ich habe überlegt, rufe ich an, rufe ich nicht an. Dann war ich angerufen von der Weide, der nette Herr, der vorne an der Codline dran ist. Und er meinte, ja, wie heißt du? Ja, Franzi, der ist ja 22, also bist du die Vormester? Ja, das war meine. Genau, hi Franzi, so hi.